An diesem Wochenende geht die Stausaison richtig los. In Nordrhein-Westfalen und in der Mitte der Niederlande beginnen die Ferien. Dazu tummeln sich viele Autourlaube aus Skandinavien und anderen Regionen Europas auf Deutschlands Fernstraßen. Um dem Stau zu entgehen, bleibt nur auf einen Wochentag auszuweichen oder über ruhige Alternativrouten nachzudenken. Immerhin gilt am Wochenende das erweiterte Lkw-Fahrverbot. Mit Stausrechnen müssen Sie vor allem auf den Fernstraßen zu und von den Küsten, sowie auf der A1 von Köln bis Lübeck. Betroffen sein wird die A2 ab Dortmund bis Braunschweig und der Kölner Ring. Staus wird es auch geben auf den beiden Nord-Süd-Verbindungen der A7 und der A9. Immer wieder zu Stop & Go kommt es auf der A3 zwischen Köln und Passau und auf der A5 vom Hattenbacher Dreieck bis Basel und auf der Strecke zwischen Kaiserslautern und Nürnberg. Betroffen sein werden auch die A45 von Dortmund bis Aschaffenburg, die Autobahn zwischen Mönchengladbach und Ludwigshafen, sowie die Strecke Karlsruhe-München. Im Süden kommt es auf der Umfahrung München und weiter auf der Strecke nach Salzburg zu mehr Staus. Außerdem müssen Sie mehr Zeit einplanen auf der A93 und auf der Strecke nach Garmisch-Partenkirchen sowie auf der A96 Lindau-München. Die Urlaubsfreude wird auch im benachbarten Ausland von vielen Staus getrübt. In Frankreich und in einigen österreichischen Bundesländern schließen jetzt die Schulen. Dazu rollt aus dem Burgenland, Niederösterreich und Wien eine zweite Reisewelle. Vor allem betroffen sind in Österreich die West- und die Tauern, die Inntal, die Brenner sowie die Rheintal-Autobahn. In Italien sind die Brenner-Autobahn und die Strecke Villach-Udine und die A4 zwischen Verona, Venedig, Triest betroffen. In der Schweiz müssen Sie mehr Zeit einplanen, von St. Gallen bis Bern, zwischen Chiasse und Luzern und auf der St. Bernardiner Route. Übrigens, am Brenner müssen Autofahrer bis auf Weiteres keine Grenzkontrollen befürchten. Schauen Sie voran, kommen Sie gut an!